Ich habe meine Zeit an meiner demokratischen Schule, an der Freien Schule Kapriole, mit vielen verschiedenen Dingen verbracht. Man hat die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und die Dinge zu tun, die einen im Moment interessieren. Das heißt, ich habe ziemlich lange mit meinen Freunden Fußball gespielt, ich habe mit Computern gearbeitet, habe da eine ganze Menge gelernt. Ich habe in meinen späteren Jahren dann auch angefangen, normale Schulsachen zu lernen. Ich war in der Holzwerkstatt und konnte frei das tun, was mich interessiert hat, in jedem einzelnen Moment. Für mich bedeuten demokratische Schulen eigentlich alles. Mein ganzes Leben kommt mir irgendwie so vor, habe ich in dieser Schule verbracht. Eine demokratische Schule ist eine Schule, wo die Studenten glücklich sind. Ich habe die Sachen, die ich hier gelernt habe, dadurch gelernt, dass ich sie ganz einfach gemacht habe. Eine demokratische Schule, würde ich sagen, ist ein Ort, wo ein 11-Jähriger oder ein 6-Jähriger fühlen kann, wie die Lehrer. Das ist unbeschreiblich. Man ist total glücklich, weil man einfach das tun konnte, was man wollte. Und das macht einfach froh. Wie ich das finde, ich finde es voll gut. Ich kann da lernen, was ich will. Weil in dieser Art von selbstständigem Erschließen von Wissen etwas stattfindet, was wir inzwischen aus der Hirnforschung eben gelernt haben, was die Voraussetzung dafür ist, dass Wissen auch nachhaltig im Hirn verankert werden kann. Es fällt einem hier sehr viel einfacher, sich für Dinge zu begeistern. Auch für Dinge, die dann auch der eigentliche Schulstoff sind, weil es einem einfach auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht wird. Es muss dann nämlich, außer dass man die Fakten liest oder hört, noch etwas dazukommen, nämlich dass es einen interessiert. Ich lerne auf jeden Fall sehr gerne. Und man freut sich auf die Schule. Es gibt so viele Kinder, die sagen, ich will nicht in die Sommerferien. Und ich glaube, das ist das beste Zeichen, dass man hier einfach lebt. Ich will nicht irgendwas tun, was für andere richtig ist, sondern einfach das, was ich will und ich sein. Also Neugier ist eigentlich ganz wichtig, weil wenn du an der demokratischen Schule keine Neugier hast, dann fällt es dir auch nicht so leicht, was zu lernen, weil ich habe ganz viel dadurch gelernt, dass ich einfach angefangen habe, Fragen zu stellen. Der Mechanismus der Neugier, was passiert da im Kopf, den haben wir ziemlich gut verstanden und deswegen haben wir auch verstanden, wie wichtig Neugier wirklich ist. Wenn ich mit Neugier lerne, bleibt es einfach viel besser hängen. Je mehr Neugier, desto besser. Wenn man über die Leute über die demokratische Schule spricht, und man sagt, dass die Studenten lernen, was sie wollen, wann sie lernen wollen, wann sie lernen wollen, wo sie lernen wollen, dann ist die erste Reaktion, dass sie nichts lernen wollen. Wenn man jemanden, der wirklich sehr, 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 profoundly interessiert ist, dann kann man sie nicht stoppen, zu lernen. Weil ich Lust drauf hatte. Irgendwie wollte ich das lernen, und dann hat mich nichts abgehalten. Frohe Kinder lernen besser. Und das ist banal, aber es ist auch wahr. Of course, children love to learn. Kinder lernen ja in den ersten sechs Lebensjahren unglaublich viel, und da drängt sie überhaupt niemand. Also, wenn jemand laufen lernt, das macht er aus völlig freien Stücken. Als Kind, um dein Kind in eine demokratische Schule zu setzen, you really need to believe in your child, and trust in your child. Trust plays a very big role. Because your child is capable of making these decisions. Weil wir reden ja über das kompetente Kind. Woher soll man denn Vertrauen nehmen? Ich glaube, Vertrauen kann man nur geben und nicht irgendwo hernehmen. Vertrauen in sich selbst und ins Team. Die Lehrer, die mir ihr Vertrauen schenken, die schenken mir ihr Vertrauen, weil sie mich mögen. They make use of that freedom in an appropriate way. I don't know, I think the most special thing is the teachers' relationship. That's why I found them most different and most exciting. I love the relationship between teachers and students. Als hättest du eine ganz große Familie. Lernen kann nur sinnvoll stattfinden, wenn eine Begegnung auch stattfindet mit anderen Menschen. Wir haben hier zum Beispiel wöchentliche Schulversammlungen. So eine Schulversammlung ist was riesig Großes. Wir als Schüler haben da unseren kompletten Schulalltag für uns gestaltet. And it's a really good experience being around people of all ages, because you kind of, yeah, you get a sense of what it was like when you were that age. Man kommt jeden Tag her und lebt einfach. Ich will eine Schule an der Schüler sich total glücklich fühlen und das Gefühl haben, wow, ich kann das machen, was mir wichtig ist. The whole school, they just feel quite united. Gemeinschaft kann man hier, erlebt man hier jeden einzelnen Tag. Ich finde halt, dass Freundschaft was Gutes ist für dein Herz. Diese Erfahrung, dass man in einem Team mit anderen sich die Welt erschließt, dass man im Team mit anderen etwas entdeckt, etwas gestaltet oder sich noch besser sogar um etwas kümmert, ist ja die allerschönste Erfahrung, die man überhaupt machen kann. Dann entstehen auch andere junge Menschen. Ich habe meinen Hauptschulabschluss mit 1,3 bestanden, meinen Werkrealschulabschluss mit 1,1. 1,1. Und du machst das Ganze für dich selbst, nicht für die Lehrer, nicht für deine Eltern, wirklich. Ich glaube, es ist wichtig im Leben glücklich zu sein und irgendwie für sein Glück zu kämpfen und möglichst auch dabei, die anderen zu berücksichtigen. Ich bin sehr glücklich, dass ich da bin. Ich bin sehr glücklich. Lernen ist Spaß, Wissen ist Spaß. Ich bin ich und... Leben ist Spaß. Sie lernen, dass Leben Spaß ist. Ich kann machen, was ich will. Sie spielen, aber was sie nur spielen, ist Leben. Und was sie nur tun, ist lernen. Wenn du alles, was eine demokratische Schule hat, gibt, kannst du eine enorme Menge lernen. Ich bin sehr glücklich für die ganze Erfahrung. Ja, schaut euch an. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man das tun kann, was man will. Ich würde allen empfehlen, zu einer demokratischen Schule gehen, wenn sie die Möglichkeit haben. Definitiv. My dream, of course, ist, dass wir diese dreadvolle, authoritarian, preskrived, hatevolle, state-systeme, das sind absolut, obviously, nicht verlieren, weil wir all die kreativität, und innovative, die wir in unseren jungen Menschen Wir müssen das absolut maximise das, oder wir haben keine Zukunft wie ein Planet. Wir müssen das gleiche machen. Untertitelung des ZDF, 2020